Schönen guten Tag an die GEZ-konformen Empfangsgeräte zu Hause. Wir haben hier auch schon das erste Teil in der Hand, wo es in unserem Black Friday Sale darum geht. Das ist eine Liquid Elements T4000 Polymaschine. Diese könnt ihr am Black Friday Sale mit 30% Rabatt bekommen. Ist das nicht cool? Super ergonomisches Teil. Wir haben ein Kabel dabei. Dieses Kabel geht in eine Polymaschine. Diese Polymaschine hat eine Leistung von 710 Watt. Wir haben 21 mm Orbitalhub hier dran. Super ergonomisch gestaltet. Drehzahlregulierung, wie man das so kennt. Hier vorne eine gummierte Auflage und arbeitet sie super vibrationsarm. Wir haben eine 150 mm Telleraufnahme. Könnt ihr optional auch 125 für bekommen. Haben wir auch im Shop verfügbar. Wenn ihr euch das Ding nochmal live anschauen wollt, auf der S-Motorshow haben wir die natürlich auch dabei. Aber jetzt beim Black Friday Sale 30% Rabatt auf die Kiste hier. Natürlich ist alles Zubehör mit dabei, wie die Tasche, die dabei ist, dann eine Bedienungsanleitung und der ganze andere Krams, den man noch dazu braucht. Ihr könnt die übrigens auch im Set bekommen, aber es gibt diese 30% Rabatt nur auf die Einzelmaschine. So, kommen wir zum nächsten. Ja, wir haben auch 30% auf die Kategorie Mikrofasertücher. Aber auch da gilt wieder nur auf Einzelartikel, nicht auf Sets. Also das heißt, selbst wenn wir unser schönes Blue Breeze Mikrofasertuch, wenn ihr das im 5er Set seht, dieses 5er Set ist nicht rabattiert. Solltet ihr ein Set sehen, wo das Blue Breeze integriert ist, auch da gibt es keinen Rabatt drauf. Aber auf das Einzeltuch. Das heißt, wenn ihr eins kauft, 10, 50, egal, kriegt ihr 30% auf das Einzeltuch. So, wir haben zum Beispiel ein Blue Breeze dabei. Dann haben wir ein Pico dabei. Wir haben auch das Eraser mit dabei. Wir haben ein schönes großes Orange Baby. Dann haben wir das Golden Baby, den Sondereditionsbruder davon. Und natürlich unser Purple Monster. Dann haben wir einen kleinen süßen Silverback. Da es eine komplette Familie ist, passend dazu die Mama für die Ladies unter euch. Das Silverback in Pink XL Size. Richtig dickes, schickes Tuch. Wir haben es hier nochmal drauf stehen. 50 x 80 cm ist das Ding. Stopp! Und jetzt kommt der Gerät. Das ist mein Tuch. Dafür muss ich wahrscheinlich ein bisschen weiter weg gehen, weil das passt kaum in die Kamera. Ein riesiges Ding. Also damit kann man sich quasi einmal komplett anziehen mit dem Teil. Hier oben steht es. 80 x 120 cm. Silverback King Size. Das ist wirklich ein Mordsgerät. Also es müssten ungefähr so rein rechnerisch ca. 6 bis 6,5 Liter Wasser hier reingehen. Damit könnt ihr auch ein Transit trocken machen oder einfach nur zeigen, dass ihr ein riesengroßes Trockentuch habt. So, das war's. Wie gesagt, Black Friday Sale. Haut rein. Es geht von 001 am Freitag in der Nacht los und geht dann bis 23.59 Uhr. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie gerne noch kurz unter dieses Video. Ansonsten haut gleich rein. Ciao. Äh, Sebastian? Ja? Sind nur die Mikrofasertücher mit dabei? Nee. Warte, komm nochmal. Das waren doch jetzt nicht alle, oder? Moment. Ich sag das. Nein. Vielleicht ist das gerade nicht so rübergekommen. Es sind natürlich alle dabei. Das heißt, auch das, auch das und auch dieses und auch dieses und auch viele, viele mehr. Also, falls es gerade nicht so rübergekommen ist, alle Mikrofasertücher der Kategorie Mikrofasertücher außer Sets sind dabei. Ciao.